Hier sehen Sie die NSC Stretz Bendita. Die steht hinter uns im Hafen in Barcelona. Und wir fahren jetzt hier in Barcelona und hier die Kathedrale. So, da ist sie quasi vom Hafen. Und das ist nur ein Tor. Die Innenstadt und die Richtung des Einzelnen, die der destination des Felssitzgeräusch sind. Die Richtung des Erdbeirationsm esquelet 3-2-2-1. Die Richtung des Erdbeirationsm esquelet wurden sie in der Mitte. Das ist die Richtung des Erdbeirationsm tas parenting. Das ist nicht so wichtig. Ich muss die Richtung des Erdbeirationsmenschutzura ausprobieren. Vielen Dank.